Hallo und guten Tag hat er gesagt. So, wir wollen uns bis dann nach hinten durchkämpfen. So war eigentlich mal der Masterplan gewesen. Ich weiß nicht, er hat hier irgendwie total weitergehen. Wenn ich immer stehen bleiben würde, wäre auch eine bessere Idee. Ich würde sagen, irgendwann müsste er ja mal umfallen. 22 Pfeile, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Und besonders hier, ich hatte ja hier noch letztes Mal Automaten gesehen, die fand ich höchst interessant. Höchst, höchst interessant. Und wir müssen natürlich ein bisschen besser kämpfen. Das ist gegebenenfalls auch geiler, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ich tausche den mal aus. So viele Teile habe ich dann auch nicht mehr zum reparieren. Und vielleicht ein Hähnchen nochmal irgendwas, zumindest fressenmäßig, nochmal einsammeln. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Die scheinen hier auch eine Ecke besser zu kämpfen. Denk ich mal. Zumindest das eine Buch haben wir. Ich weiß denn nicht, wo die anderen Bücher sind, aber wahrscheinlich. Ich dachte jetzt, hier ein... Oh, besser ist noch, ne? Ah, noch einen Fall gefunden. Das ist hier die Eule direkt gewesen. Oh, ich sehe nichts. Ah. Der ging mal wieder daneben. Ich habe nämlich nur noch diesen einen Snickers. Und da hatte ich das größte Problem hier von einem. Der war ich schon, aber im letzten noch nicht, ne? Oh, doch auch. Ne, die muss ja drin sein. Muss ja da drin sein. Die Eule. So viel Platz, ne? Und da geht die Eule da rein. Und... Ja, das hier ist immer Herzeige. Doch, doch. Das haben die schon so gemacht, dass das Herzeige ist. Also, das Modell, das Modell, würde ich sagen. Das haben die so übernommen. So. Für mich würde ja jetzt so wichtig sein, erst mal ein bisschen Stein zu sammeln. Wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit, äh, auf... Teufel, komm raus. So rumspielen. Vogel wäre gut, ne? Ah, ich sag mal Stein. Jetzt kriege ich hier Metall, ne? Also, ich will mich ja jetzt hier nicht auf großen... Sachen beschweren, aber... Guck mal, ist ja richtiges... Autozentrum da. Sehr schön. Und schön Steine sammeln, ne? Ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir denn hier was bauen, so was steinisch ist, ne? Dann... Sollten... Hey. Sollten wir... Schon alle Steine zusammen haben, ne? Mehr oder weniger. Haltet nehmen. So kleine Steine. Das waren die 5, die ich gebraucht habe. Das ist jetzt auch schon wieder zusammen. Naja, irgendwie mal so ein Vogel schießen, oder sowas, ne? Das wäre... Ganz gut, ne? Ich wollte schon sagen, da kommt ja nix in einer, aber... Naja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich wenigstens schneller down kriege ist. Na, da ist heute noch Krieger. so ich dachte schon mal jetzt da nicht ja die betragen noch ordentlich viel muss ich sagen das ist immer gar nicht mal so nett finde ich jetzt nicht so cool das schlimmste ist ja dass wir immer noch keine steine gefunden oder irgendwas essbares zumindest das ist eigentlich mit so das schlimmste klar wir können jetzt hier auch eine runde erstmal die talle sammeln ich dachte hier eigentlich dass hier wenigstens jörgen warte mal rum rennt so an vögel leisten können wir uns das nicht ne jetzt sind wir gezwungen wirklich in der natur zu bleiben da ist zumindest ein vogel ich sehe aber nicht mehr wo ist das viel aber ihr habt es auch gesehen ne das war irgendwas geflogen gerade hier wieder eine grafik verschwunden ich weiß ja nicht wie es ist in den neuen gebieten auch die sehr viele lücken haben wo sie reinfliegen können auch so sind also in den ganzen neuen gebieten gibt es glaube ich ne weil das ja löwen als wort ach jetzt springt es einfach da so rüber früher wirst du mich da fressen er früher ist das so voll aggressiv auf mich drauf wie noch ein paar feile wenigstens herstellen aber die können wir immer herstellen das ist ja wenigstens gut naja muss schon um eine beute kämpfen so wenigstens wirst du da neben ihr handel gut ja ja was noch vielleicht mal ein screen vielleicht kann man das mal verwenden weißt du naja er bleibt nur in der natur das ist nämlich viel zu und schweinchen das ist noch mal stehen es wäre wegen diesem premium haben jetzt so fast gestorben ist darum wer die hoffen ruhig sterben dankeschön selbst sehen ich glaube ich habe jetzt nur ein ding davon wieder kriegt wo ist mein premium haben also die natura muss reichen muss reichen nur so schwierig hier schon wieder so viele pfeile verloren auf der suche nach der nahrung auf der suche nach was zu essen auf der suche bin ich immer das wollen wir nicht vergessen es auch du ein fuchs oder ein re sehr schön da ist auch noch ein bockiger ich glaube nämlich wenn ich den schieße der will auf jeden fall ich mach mal kurz eine speicherung wenn jetzt hier noch mehr bären sind oder ich mal runter falle dann ist es nicht ganz so lustig ach so der rennt wirklich weg okay das möchte gut Oh, das ist gut. ist der fuchs der wolf und da ist ja auch ein bär jetzt habt ihr gesehen ich habe das ab ich habe das abgebildet das geht diesmal nicht ich mache ja so was selten aber ich muss auch sagen dass wieder jetzt anfängt vor fünf aufnehmen vor fünf frühsum fünf aufnehmen vor der arbeit aufnehmen und das ist mir jetzt einfach zu dämlich so das ist hier ich mache eine quicksave laden da stecke ich die waffe weg ich hätte wahrscheinlich sogar neu geschaffen aber vielleicht sollte ich auch einfach das ding schon einfach mal stellen jetzt unten wahrscheinlich einfach stellen sollen die fressbude und dann so ein bisschen noch durch die gegend machen kostet ziemlich viel okay mal für mich ist es super für dich jetzt nicht so geil gelaufen die pfeile alle sind aber ich gehe auch nicht wieder Aber der fette Fleisch steht nicht mehr gerne. Also irgendwo bezahle ich richtig viel dafür, dass ich hier meine Pfeile sehr verliere. Die kriege ich wenigstens mal wieder. Ich glaube wir haben schon ein gutes kleines Fresschen zusammen. Inventar ist sogar schon voll. Ich versuche mal zu bauen, eine Küche. Acht Blätter fehlen uns. Okay, muss mal kurz gucken. Wir haben natürlich jetzt hier viel, viel Stuff. Und natürlich auch viel, viel Stuff, den ich nicht so brauche. Hier zum Beispiel, das hier brauche ich ja nicht. Denn Knochen und die Knochen sind jetzt auch nicht so interessant. Ich brauche noch Blätter. Schauen wir mal wenigstens Blätter auf. Ohne Blätter ist natürlich ein bisschen doof. Ich will jetzt hier auch Kimbia begegnen. Wir machen hier straight erstmal eine Fressversorgung. Auch einfache Nahrung. Wir haben immer noch keinen Platz. Zack, zack. Wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, Fressversorgung. Davon haben wir eins. Davon haben wir eins. Die können wir nämlich gleich so essen. Zack, zack. Gerösteter Vogel. Da haben wir zwei. Sechs große Fleisch. Ein bisschen was haben wir jetzt hiervon, ne? Ihr würdet hier einfach jetzt wieder so abreißen. Ich würde sagen, wir können uns jetzt hier neu orientieren. Dann wieder in die Stadt rein. Und dann ist es ziemlich gaut. Jetzt noch kleines Fleisch irgendwo. Jetzt haben wir jetzt alles schon die ersten gut. Wir haben jetzt geröstet. Großes geröstetes. Nur die. Aber es sieht jetzt sehr, sehr ordentlich wieder aus, ne? Ich weiß noch nicht, wo man letztes Mal hier angezeigt hat. Da ist hier was. Aber naja. Was ist los, mein Junge? Hangst du ein bisschen? Na ja. Jetzt aber, ne? Oh. Ja, wenn ihr nicht immer so tun würdet, wäre das total uninteressant, wenn ich euch haue. dann wäre das auch ganz gut. Gut. Was weiß ich. Wird mir endlich den Happen dahinten auch holen. Okay. Die kämpfen ja richtig gegeneinander. Na ja. Ihm. Ja. Ja. Gaas a sais. Na ja. Ja. Na ja. Na ja. besser ist du hast ja oben ein bisschen schaden schon gekriegt warum man sterben mein junger wir machen wir hier nicht immer weiter und jetzt haben wir ja wieder leben jetzt können wir wieder voll anfangen mit hier bei sehen wird ja das kommt noch mal bis dann